Ihr habt es euch gewünscht, deswegen stellen wir uns heute die Frage, wie schneidet Hamburg in den Top-Ligen ab? Angefangen natürlich in der Bundesliga, dort ist Hamburg leider nur auf den 17. Platz gekommen und auch im DFB-Pokal war schon in Runde 3 gegen Sandhausen Schluss. In der Premier League war es dafür deutlich knapper und zwar ist Hamburg leider abgestiegen, aber auch nur wegen dem Torfall. Im FA Cup waren Runde 3 Schluss gegen Southampton und im Carabao Cup schon in Runde 2 gegen Barrow. In der französischen Liga konnte Hamburg dann endlich den Klassenerhalt schaffen, aber im Pokal war auch schon in der 2. Runde Schluss gegen Nizza. In der Serie A abgeschlagen auf den letzten Platz und im Pokal im 8. Finale raus. In der La Liga ist Hamburg leider auch abgestiegen und im Pokal sind sie im 8. Finale rausgeflogen im Elfmeterschießen gegen Atletico Madrid. Man kann also festhalten, Hamburg muss definitiv seinen Kader verstärken, wenn sie in der 1. Liga spielen wollen.